Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, wir sitzen jetzt im Zug, sind auf dem Weg nach Düsseldorf, Freunde und morgen geht's nach Stuttgart. Ich hab hier den Barbaros dabei. Was geht ab, Leute? Und ja Leute, ich freue mich schon auf Stuttgart, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Düsseldorf wieder. Macht's gut und bis gleich. Yo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt in Düsseldorf angekommen, Leute. Ich muss jetzt gerade provisorisch mit meinem Handy so Licht machen, weil ich hier jetzt kein Licht anmachen möchte, damit man hier diesen wunderschönen Hintergrund gleich sieht, Freunde. Und ich würde sagen, ich zeig euch das mal eben und wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus Leute, was geht ab? Nächster Tag, Freunde. Wir sitzen jetzt hier draußen, der schön... Was war das denn da? Servus, Freunde, was geht ab? Nächster Morgen. Wir sitzen jetzt draußen ein bisschen ganz entspannt. Der ist am Essen, Leute. Ich gehöre mir jetzt noch einen Kaffee, Freunde und warten jetzt auf den Benni. Und dann geht's zum Flughafen, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Flughafen wieder. Peace out. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Und wie geht's dir? Alles klar. Wenn wir uns sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschaltzeichen über ihn ausgeschaltet worden sind. Wir wünschen euch heute noch einen schönen Tag. Danke, dass sie sich heute für uns entschieden haben. Alles Gute für Sie. Tschüss und auf Wiedersehen. Ey, Leute, gerade... Ey, Leute, gerade... Ey, Leute, gerade kurz vorm Landen, ne? Oh, vor allem, oh, fuck, geht das. Yo, Leute, was geht ab? Wir sind jetzt in Stuttgart angekommen, Freunde. Wir sind jetzt auch hier im Bus. Ey, für einen kurzen Moment hatte ich so einen Herzrasen. So, Freunde, der nächste Tag hat begonnen, Leute. Wir waren gestern noch etwas essen alle zusammen. Haben uns gestern alle so ein bisschen kennengelernt. Und da hab ich mir gedacht, lasst euch die Kamera erstmal einfach hier im Hotel liegen und nehmen euch heute quasi mit. Wir haben jetzt 9 Uhr. Gleich geht's dann noch auf die Sprungbude, Leute. Ich freu mich schon so mega da drauf. Und Leute, jetzt passt gut auf. Ich hab einen fucking Special Guest hier, Leute, im Hotel. Der sitzt gerade da drüben. Alle, die auf meinem zweiten Kanal aktiv sind, müssten jetzt wahrscheinlich wissen, wer es ist. Und wer sich ab und zu meine Livestreams auf dem zweiten Kanal gibt, der weiß es ganz wichtig, wer das ist. Leute, wir spielen noch eine Runde. Heute ist mit am Start der Tim. Tim, was geht ab? Was geht, Leute? Leute, der Tim ist einfach hier. Tim, was machst du hier? Was geht? Leute, wir gehen jetzt was frühstücken und sehen uns gleich wieder. Peace out. Gleich geht's ab. Leute, mir fällt gerade ein, dass ich schon mal da war mit ein paar Leuten früher, als ich noch hier in Stuttgart war. Der hat mir gerade ein verlockendes Angebot gemacht. Der haut mal raus. Ja, also ich würde dir heute eine dicke, fette Portion Pommes ausgeben und sogar mit Mayo, Mann. Leute, ja! Ey, Leute, alles umsonst hier. Ihr wisst, was das bedeutet. Barbaros, komm. Komm rein, komm rein. Komm rein, komm rein. Dieser Typ hier, der wird immer sympathischer, Alter. Guck euch das mal an. Ja, mein Anime-Tattoo. Warte, ich hab auch noch was zu bieten. Oh. Ach, Barbaros von 11, Mann. Yes. Geil. Und Doug Baters Spruch, ey. Jetzt kommt mein Tattoo. 14,8. Und auf einmal geht's nicht mehr, ey. Es geht einfach nicht mehr auf. Digga, mein nächstes zu. Leute, jetzt muss die wunderschöne, nette Dame mir helfen. Ich bin so blöd, ne? Oh, was geht ab? Ich bin so blöd, ne? Hier vorne, der, warte, der hier. Okay. Sehr schön. Ich hab mein Spin zugemacht und hab die Nummer vergessen. Und was ist drin? Bitte? Muss sagen. Eine Tasche, äh... Oh, ich kann verbrauchen. Alles ist hier. Falsche spinnen. Ja, das ist so. Das ist so eine große Tasche, oder? Ja, perfekt. Die müssen sich alle so ein Video angucken und ich laufe jetzt schon mal einfach dahin. Ja! Das war wohl nichts. Lass mich an die Winters an, weißt du? Ja. Okay, perfekt. Dann schieß es drauf. Ja, danke. Irgendwie ist das langweilig, alleine. Ich warte mal eben auf die anderen, bis die hier sind. Oh! Ey, Leute, wir sind jetzt gerade hier versammelt. Ich hab gerade schon mein Knie gekickt und da fliegt einfach hier eine Drohne. Ey, ey! Hör mal auf kurz, ich versuche hier gerade was zu erzählen. Ey, bist du dumm? Ja! Ey! Oh, ihr seid so schlecht, Jungs! Oh, das war gut. Oh, Tim haut hier richtige Tricks raus! Zwei gegen einen. Wer gewinnt? Ich schaff's doch! Oh! Das... Nein, drei gegen drei! Ich kann nicht. Doch, Jo, komm erst her, Mann! Ich bin für dich! Nein, komm! Oh, Mann! Ich hab eine Fälle! Fett, du bist raus! Rauf! Ja, drei gegen drei! Du musst Naruto-mäßig an der Wand langlaufen! Zwei gegen drei! Gewonnen! Nein! Komm jetzt mal! Aufrecht, der Lächter! Los, geht's! Holt ein Sieg fürs Team! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, mein Kopf gewacht! Leute, ich finde es jetzt die Wasserflasche und ich muss sie in der Luft fangen. Zier runter. Drei, zwei, eins... Was auf der Wurf, Digger! Ganz ehrlich, ich bin selber! Drei, zwei, eins, go! Ja! Ja, aber vom Kopf ab! Hey! Leute, ich kann fliegen! Guckt euch das! Wow! Ey, Leute, das ist so geil, ne? Ich geh da mal ein bisschen rein, ne? Ja! Ja! Ah! 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 Nein! Wir sind die Gründer! Wuuu! 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 Ey, das ist dein Erbs, Digger! Wuuu! 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 Was kann ich? Auf dem Rücken fangen, Alter! Ich kann... Wuuu! Wuuu! Was soll ich denn sagen? Irgendwas? Stumm! Drückt uns die Daumen jetzt! Rally! Ich küsse dich! Wuuu! 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 Oh, guter Block! Wuuu! 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 Ich hab von Herat so einen Ball in die Fresse bekommen! Übertrieben! Übel bekommen! Ich bin traurig, weil er mich da runter geschuckt hat, da wo ich äh, richtig gehört hab, jetzt springen da. Wuuu! 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 Ja, fliegt aus! Wuuu! 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 chirping! Wuuu! 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 sociedade Leute, habt ihr diesen Move gesehen? Whoa, was geht ab? Ey, ich bin so super kaputt, es ist so guardisch! man hier Sprey springt. Leute, die machen alle so kratk moves... Und wir können nichts. Was? Wir können es auf den Rücken fahren. Wie machst du dich? Das ist so ein richtiger Schauspieler. Der hat nur das Mädchen hilft. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. So Leute, wir packen jetzt gerade unsere Sachen. Und es geht gleich zurück nach Hause, Freunde. Ich bin so übertrieben kaputt. Mir tut einfach alles weh von diesem Trampolinspringen, Leute. Ich bin tot, ich habe überall Muskelkater, ehrlich. Leute, ohne Witz, überall Muskelkater des Todes. So übertrieben kaputt, Freunde. Wir müssen uns jetzt beeilen zum Flughafen. Und wir haben nur noch eineinhalb Stunden. Dann fliegt unser Flieger. Leute, auf jeden Fall würd ich sagen, wir sehen uns gleich zu Hause wieder. Macht's gut und bis gleich. Yo Leute, was geht ab? Wir sind gerade vom Düsseldorf Flughafen, Freunde. Nach Düsseldorf Hauptbahnhof gefahren. Und nach Düsseldorf Hauptbahnhof wieder nach dem Flughafen. Ich glaube, ich sag den auch noch so, nein, wir müssen nicht in der Erstbahn. Doch, wir müssen erst zum Hauptbahnhof dann zurück. Wir sind einfach hin und her gefahren. Richtig unmöglich. Ich würde sagen, 1 zu 1, Bro. Nummer vier, bis jetzt noch eineinhalb Stunden